Hallo und herzlich willkommen zum potenziellen Klausurthema Korrektheit von Klassen. Grundlegend für dieses Thema sind die beiden Begriffe, die Sie auf dieser Folie hier sehen, Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante. Auf den nächsten Folien werden wir diese beiden Begriffe anhand eines Beispiels erst einmal erarbeiten. Vorab nur so viel an dieser Stelle, damit Sie das Weitere gut einordnen können. Die Darstellungsinvariante, das sind die Zusicherungen für den Nutzer einer Klasse, also für den Public-Bereich einer Klasse, bzw. beim Interface gibt es ja nur Public-Bereich. Das heißt, wenn jemand Objekte dieser Klasse einrichtet und damit arbeitet, dann sagt die Darstellungsinvariante aus, was er alles garantiert, worauf er sich verlassen kann, wo es keine Überraschungen für den Nutzer dieser Klasse gibt. Die Implementationsinvariante schaut in den Private-Teil. Die beschreibt, wie im Prinzip intern alles implementiert ist, insbesondere also, wie sichergestellt wird, dass die Darstellungsinvariante tatsächlich eingehalten wird. Das Beispiel, mit dem wir uns Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante erarbeiten, ist einfach diese Klasse D-Matrix, D für Double, also ein Objekt dieser Klasse repräsentiert eine Matrix, deren Einträge vom Typ Double sind, Double mit Kleinbuchstaben, also primitiver Datentyp Double. Und Sie sehen auch hier schon einen wesentlichen Punkt dann für die Implementationsinvariante. Diese Matrix wird intern dargestellt durch ein Array von Arrays und Matrix heißt insbesondere, dass die einzelnen Arrays in dem großen Array von Arrays nicht unterschiedlich groß sein dürfen, nicht unterschiedlich lang sein dürfen, denn eine Matrix ist nun mal ein zweidimensionales Gebilde, wo jede Zeile gleich lang ist, wo jede Spalte gleich lang ist. Hier sehen Sie erst einmal den Konstruktor dieser Klasse D-Matrix mit einer Anzahl von Zeilen und einer Anzahl von Spalten. Und hier unten wird dann dieses Array von Arrays entsprechend eingerichtet. Ja, wie wir eben gesagt hatten, jedes einzelne Array in diesem Array von Arrays muss die gleiche Anzahl haben. Und Sie sehen hier schon einen Punkt, der wichtig für die Implementationsinvariante sein wird. Wir haben ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir dieses Array von Arrays organisieren, zeilenweise oder spaltenweise. Also, ob das große Array über die Zeilen geht, mit Anzahl der Zeilen eingerichtet wird und dann eben die einzelnen kleinen Arrays, die von diesem großen Array dann die Komponenten sind, die dann eben eine Anzahl der Spalten, oder wir hätten es auch umgekehrt machen können. Wir haben da die Wahl. Wir haben uns jetzt hier für eine dieser beiden Möglichkeiten entschieden. Und das muss natürlich in der Implementationsinvariante dann dokumentiert sein, damit jeder, der mit dieser Klasse arbeitet, genau weiß, aha, so rum ist die Wahl getroffen worden. Hier oben sehen Sie noch einen Aspekt, der sowohl für die Darstellungsinvariante als auch für die Implementationsinvariante wichtig ist. Wie Sie hier unschwer erkennen können, ist es unmöglich, eine Matrix mit Nullzeilen oder mit Nullspalten einzurichten, also eine leere Matrix einzurichten. Das hätte man auch anders definieren können. Man hätte durchaus zulassen können, dass eine Matrix Nullzeilen oder Nullspalten hat. Wir haben uns hier dagegen entschieden. Das muss natürlich in der Darstellungsinvariante dokumentiert sein, damit niemand auf die Idee kommt, leere Matrizen hier mit dieser Klasse einzurichten. Und natürlich muss es dann auch in der Implementationsinvariante dokumentiert sein. Denn wir werden gleich sehen, es gibt Stellen, an denen verlässt man sich darauf. An denen verlässt sich der Code der Klasse D-Matrix, Methoden der Klasse D-Matrix darauf, dass tatsächlich die Zeilenzahl, die Spaltenzahl nicht Null ist. Dass tatsächlich also mindestens ein Index in jedem Array, mindestens eine Komponente existiert. Diese ganzen Details, in Anführungszeichen, sind sogar schon bei diesen beiden einfachen Methoden wichtig, die nichts anderes tun, als die Dimension der Matrix zurückzugeben. Zunächst einmal ist wichtig, für die Korrektheit der Implementation dieser beiden Methoden zu beachten, ob wir uns für zeilenweise oder spaltenweise Darstellung intern in diesem zweidimensionalen Array entschieden haben. Und an dieser Stelle, die hier gelb unterlegt ist, wo ich hier noch diesen Kommentar dazu geschrieben habe, ist dieses Detail wichtig, dass eine Matrix nicht leer sein darf in der Darstellungsinvariante, also dass die Zeilenzahl, die Spaltenzahl nicht Null sein darf, übersetzt in die Implementationsinvariante, dass dieser Index hier, Index Null von Matrix, dass der existieren muss. Hier verlassen wir uns darauf, dass das tatsächlich der Fall ist, denn wenn dieser Index Null nicht existiert, wissen Sie ja, wird eine Array-Index-OutOfBound-Exception oder wenn die Matrix sogar Null ist, dann entsprechend eine Null-Point-Exception geworfen. Eine solche Matrix-Klasse braucht natürlich eine Methode wie hier GetEntry, mit der ein einzelner Eintrag in der Matrix zurückgeliefert werden kann. Wir geben also den Zeilenindex, den Spaltenindex für den Eintrag an und bekommen den Wert, der in diesem Eintrag steht, an dieser Zeile in dieser Spalte zurück. Und hier unten müssen wir natürlich wieder berücksichtigen, die Designentscheidung, die wir in der Implementationsinvariante festzuhalten haben, ob die Matrix jetzt zeilenweise oder spaltenweise in diesem zweidimensionalen Array abgelegt ist. Natürlich sollten wir auch vorab prüfen, ob die Zeilenindex und der Spaltenindex tatsächlich valide sind und im Fall, dass das nicht ist, dann eine entsprechende Exception werfen. Völlig analog dazu eine Methode SetEntry zum Überschreiben eines Matrix-Eintrags in einer bestimmten Zeile und einer bestimmten Spalte, die als Parameter gegeben sind. Natürlich sollte eine solche Matrix-Klasse noch mehr Methoden bekommen und in den Folien-Sätzen, die da oben rechts in der rot-gelben Wolke referenziert sind, im systematischen Durchgang durch den Vorlesungsstoff, werden auch noch ein paar weitere Methoden eingeführt und diskutiert. Brauchen wir hier nicht. Hier geht es ja nur ums Prinzip. Und wir können jetzt nach diesen ersten Methoden direkt zur Darstellungsinvariante und zur Implementationsinvariante für die Klasse Matrix kommen. Hier sind ein paar interessante Details zu beachten, die wir jetzt im Einzelnen durchgehen. Was ist denn der Sinn und Zweck einer Darstellungsinvariante? Was ist der Inhalt daraus folgend einer Darstellungsinvariante? Der Sinn und Zweck ist es, den Nutzer einer solchen Klasse, also derjenige, der Objekte in seinem eigenen Code einrichtet und damit arbeitet, der also unsere Klasse D-Matrix benutzt, um damit Matrizen zu repräsentieren und damit umzugehen, dass der keine Überraschungen erlebt, dass der nicht plötzlich irgendwelches Verhalten dieser Klasse bemerkt, also irgendwelche Rückgaben bemerkt, die nicht seinem eigenen Bild entsprechen, was diese Klasse Matrix eigentlich tatsächlich tut und was sie tatsächlich ist. Deshalb ist es also wichtig, die Darstellungsinvariante, das sind Zusicherungen für Objekte dieser Klasse und zwar nicht nur hin und wieder gültig, sondern die ganze Zeit hindurch, solange ein Objekt dieser Klasse benutzt wird vom Nutzer, sollen diese Zusicherungen gelten. Und zwar einfach hier nur, dass es eine Matrix ist, deren Einträge vom Typ Double sind. Damit ist auch gleich gesagt, dass es beliebige Double-Werte sein können, die wir in dieser Matrix speichern. Ja, es könnte ja sein, dass die Matrix-Klasse so implementiert ist, so gedacht ist, dass sie nur nicht negative Matrix-Einträge zulässt oder nur ganzzeilige, obwohl der Datentyp Double ist. Könnte man sich alles vorstellen. Es gibt sicherlich Situationen, in denen eine solche Matrix-Klasse sinnvoll ist. Hätte aber hier in der Darstellungsinvariante natürlich stehen müssen. Und wenn das nicht da steht, heißt das klipp und klar, alle möglichen Werte von Double, übrigens natürlich dann auch die unmöglichen Werte wie plus und endlich, minus und endlich und not a number, dürfen da drin stehen. Heißt aber auch für die Implementation und damit für die Implementationsinvariante, derjenige, der für die Implementation dieser Klasse zuständig ist, der sie vielleicht in der ersten Version implementiert hat oder jemand, der später an der Implementation dieser Klasse noch herumschraubt, heißt, der muss im Hinterkopf behalten, jeder beliebige Wert von Double darf als Matrix-Eintrag darin stehen, auch die unmöglichen Werte. Der nächste Punkt sollte auch benannt werden, auch wenn sich aus der Liste der Methoden ergibt, dass dieser Punkt eigentlich so sein müsste. Man könnte ja auch eine Matrix designen, bei der die Zeilen und die Spalenzahl nicht konstant ist, bei der man zum Beispiel jederzeit, wenn man mehr Zeilen braucht, mehr Zeilen einfügen kann noch zusätzlich oder solche Dinge. Hier wird explizit in der Darstellungsinvariante gesagt, der Nutzer der Klasse kann sich darauf verlassen, dass die Zeilen und die Spaltenzahl konstant sind. Es gibt keine Methoden, die der Nutzer verwenden kann, um die Zeilen und Spaltenzahl zu ändern, aber es gibt auch nicht die Überraschung, dass aus irgendwelchen Gründen, die merkwürdig sind, aber sein könnten, doch innerhalb der Matrix jetzt eine Änderung der Zeilen oder Spaltenzahl vorgenommen wird. Hier als nächstes sehen Sie jetzt, dass die Zeilenmenge und die Spaltenmenge nicht leer sein dürfen. Das heißt, dass eben das Zeilen- und Spaltenzahl größer 0 sind. Und nicht zu vergessen, sollten wir auch die Indexmenge genau benennen. Wie Sie ja wissen, ist es in Java eigentlich üblich, Indizes wie in Arrays oder Positionen in Listen, sich mit Null beginnen zu denken, bzw. bei Arrays ist es ja so implementiert in der Sprache. Bei Listen denken wir uns die Position abstrakt dazu und es ist Konvention, sie mit Null beginnen zu lassen. Aber in der Mathematik ist es eigentlich eher üblich, solche Indexbereiche wie Zeilenindizes, Spaltenindizes einer Matrix mit 1 beginnen zu lassen. Das heißt, hier steht erst einmal die Frage im Raum. Haltet man sich an die typische Konvention von Java und anderen Programmiersprachen, nicht von allen übrigens, oder hält man sich an die Konvention in der Mathematik? Das heißt, man muss in der Derstellungsinvariante eindeutig klären, nach welcher Konvention die Indexbereiche definiert sind. In der Implementationsinvariante finden Sie jetzt nun eine Formulierung, die genau das besagt, was wir schon erarbeitet haben, dass darauf geachtet werden muss, in allen Methoden der Klasse, ob die Matrix intern jetzt zeilenweise oder spaltenweise abgelegt ist. Wozu macht man dieses ganze Primborium? Wozu formuliert man nochmal so penibel eine solche Darstellungsinvariante und eine solche Implementationsinvariante? Man könnte doch sagen, das braucht man doch gar nicht. Man kann doch in den Code dieser Klasse schauen und dann sieht man auch alles, wie man mit dieser Klasse umgehen kann. Das gilt natürlich jetzt für unser kleines illustratives Beispiel. Aber zwei Punkte machen es absolut erforderlich, dass wir tatsächlich uns diese zusätzliche Arbeit machen mit Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante. Der erste Grund ist, die Klasse D-Matrix ist natürlich nur sehr einfach. Das ist nur ein sehr einfaches Beispiel. Reale Klassen in realen Projekten können natürlich beliebig umfangreich, beliebig komplex werden. Auch die interne Implementation kann beliebig kompliziert werden, sodass also das Arbeiten mit dieser Klasse beliebig fehleranfällig werden kann. Also sowohl das Arbeiten eines Nutzers mit Objekten dieser Klasse als auch die Arbeit desjenigen, der diese Klasse erstmalig implementiert bzw. später dann Änderungen an der internen Implementation der Klasse vornimmt. Der zweite Grund ist ganz banal. Es ist ja nicht unbedingt immer der Fall, dass der Nutzer einer Klasse tatsächlich den Quelltext dieser Klasse zu sehen bekommt. Bei der Ableitung von Klassen bzw. bei der Implementation von Interfaces durch Klassen müssen wir wieder dafür sorgen, dass der Nutzer keine Überraschungen erlebt. Sie wissen ja, statischer, dynamischer Typ. Man kann eine Basisklasse bzw. ein Interface haben, eine Referenz davon und dahinter darf sich ein Objekt von einem beliebigen Subtyp dann verstecken. Und wichtig ist, dass in dieser Situation der Nutzer dieses Interface dieser Klassen keine Überraschungen erlebt, dass die abgeleitete Klasse deren Methoden nicht plötzlich etwas ganz anderes machen als die Basisklasse. Konkret heißt das, wenn Sie einen Subtyp definieren, also wenn Sie von einer Klasse eine neue Klasse ableiten oder eine Klasse schreiben, die ein Interface implementiert, dass Sie dann die Darstellungsvariante dieser Basisklasse bzw. dieses Interface penibel in Ihrer neu definierten Klasse einhalten. Denn Sie wissen ja, ein Objekt Ihrer neuen Klasse, Ihres neuen Subtyps kann sich jederzeit hinter einer Referenz der Basisklasse bzw. des Interface verstecken. Die Situation ist alltäglich, dass irgendwo im Code eine Referenz dieses Basistyps vorkommt und überhaupt nicht klar ist, von welchem dynamischen Typ diese Referenz jetzt gerade ist, also von welchem Typ das Objekt ist, das sich hinter dieser Referenz versteckt. Da muss sich voll und ganz darauf verlassen werden können, dass die Darstellungsinvariante des statischen Typs, des Basistyps eingehalten ist, egal von welcher Klasse das Objekt, das sich dahinter verbirgt, nun jetzt gerade ist. Bis jetzt haben wir nur Public und Private betrachtet. Public Darstellungsinvariante, Private Implementationsinvariante. Bei der Ableitung von Klassen gibt es aber noch eine Zwischensituation mit Protected. Das heißt, in abgeleiteten Klassen sind diese Attribute praktisch genauso, als wären sie Public, aber ganz außerhalb und auch außerhalb des Packages sind diese Attribute so, als wären sie Private. Dementsprechend müssen wir also die Logik für Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante bei der Ableitung von Klassen noch ein bisschen erweitern, nämlich für diese Protected-Attribute, die eben in abgeleiteten Klassen wie Public-Attribute sind. Da gehört die Implementationsinvariante dann praktisch auch zu dem dazu, was mit eingehalten werden muss. Wir haben jetzt zweimal das Wort übernommen auf dieser Folie. Der entscheidende Punkt ist der Punkt hier unten. Die Regeln, die wir definiert haben, auf die sich die Nutzer dieser Klasse, dieses Interface verlassen können müssen. Diese Regeln müssen dann tatsächlich auch hier eingehalten werden. Alles, was diese Regeln nicht verletzt oder außer Kraft setzt, darf dann in abgeleiteten Klassen tatsächlich dann noch hinzukommen. Aber einmal irgendwo in der Vererbungshierarchie gemachte Regeln müssen in allen Subtypen dann penibel befolgt werden. Hier sehen Sie ein einfaches Beispiel von der Klasse D-Matrix, die wir ja schon betrachtet hatten, leiten wir diese Klasse ab, die den Zweck hat, nicht beliebige Matrizen mit beliebiger Zeilen und Spaltenzahl zu repräsentieren, sondern nur speziell quadratische Matrizen. In vielen, vielen Kontexten braucht man nur quadratische Matrizen, nicht beliebige Matrizen. Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, eine Klasse für quadratische Matrizen zu schreiben. Und da ja quadratische Matrizen eine in gewisser Art Sonderform von allgemeinen Matrizen sind, bietet es sich auch durchaus an, diese Klasse für quadratische Matrizen von der Klasse für allgemeine Matrizen abzuleiten. Bei einer quadratischen Matrix macht es natürlich keinen Sinn, im Konstruktor Zeilen, Zeilen und Spaltenzahl anzugeben, sondern es macht nur Sinn, eine einzige Zahl, nämlich die Größe oder Dimension der Matrix anzugeben. Und hier im Konstruktor für die Basisklasse D-Matrix wird ja Zeilenzahl und Spaltenzahl erwartet. Bei einer quadratischen Matrix gehen wir natürlich dann für beides diese eine Dimension an. Die beiden Methoden zum Zurückliefern von Anzahl der Spalten und Anzahl der Zeilen, die werden natürlich von D-Matrix an die Square-Matrix vererbt. Überschreiben wir auch nicht, wozu auch. Aber für Leute, die wirklich fokussieren wollen auf quadratische Matrizen und sich gar nicht damit behältigen lassen wollen, dass dahinter auch eine Matrix mit allgemeinen Zeilen und Spaltenzahl als Basisklasse steht, Für solche Leute ist es sinnvoll, dass wir noch eine weitere Methode, GetSize, schreiben, die einfach diese Dimension der Matrix mit einer der beiden Methoden, Rückgabeanzahl der Zeilen oder Rückgabeanzahl der Spalten, dann eben zurückliefert. Wichtig ist jetzt hier eine Designentscheidung, die wir für Klasse D-Matrix getroffen hatten und in der Darstellungsvariante dokumentiert hatten, nämlich, dass die Zeilen und die Spaltenzahl konstant sein müssen. Das heißt, sobald das Objekt eingerichtet und da die Zeilen und Spaltenzahl festgelegt worden sind, dürfen beide nie wieder geändert werden. Das ist für quadratische Matrizen, für eine Klasse für quadratische Matrizen, extrem wichtig. Denn, nehmen wir mal an, wir hätten in die Klasse D-Matrix so konzipiert, dass tatsächlich die Zeilenzahl und die Spaltenzahl unabhängig voneinander variieren könnten. Dass ich beispielsweise die Zeilenzahl ändern kann, die Spaltenzahl bleibt aber gleich. Das ist natürlich nicht konform damit, dass eine Matrix quadratisch ist. Von einer so konzipierten Klasse D-Matrix, die unabhängig voneinander erlaubt, die Zeilenzahl oder die Spaltenzahl zu variieren, können wir unmöglich so eine Klasse wie hier die Square-Matrix ableiten, denn das passt nicht zusammen. Nochmal umformuliert mit dem Begriff Darstellungsinvariante. Wenn wir eine Basisklasse D-Matrix gehabt hätten, in der zur Darstellungsinvariante diese Variabilität von Zeilenzahl und Spaltenzahl gehört, dann hätten wir unmöglich davon eine Klasse für quadratische Matrizen ableiten können, die die Darstellungsinvariante der Basisklasse erhält, mit berücksichtigt, aber gleichzeitig immer garantiert, dass jedes Objekt dieser Klasse D-Square-Matrix auch tatsächlich eine quadratische Matrix ist. Die Darstellungsinvariante einer Klasse mit veränderlicher Zeilen- und Spaltenzahl ist nicht kompatibel mit der Darstellungsinvariante einer Klasse für quadratische Matrizen. Das heißt, die letztere Darstellungsinvariante kann unmöglich eine Verfeinerung der ersteren werden. Hier als weiteres Beispiel nur kurz angerissen, die Darstellungsinvariante und die Implementationsinvariante der Klasse Robot. Ich denke, diese Ausführungen hier stehen für sich selbst. Wieder bei der Darstellungsinvariante, dass wir hier irgendwas formulieren, klar machen, dass das, was hier jetzt kommt, für jedes Objekt der Klasse zu jedem Zeitpunkt seiner Lebenszeit gültig ist und dann auf die Attribute, die nach außen hin sichtbar sind, dann jeweils darauf einzugehen, unter anderem zum Beispiel, ob sie veränderlich sind oder ob sie nicht veränderlich sind im Laufe der Lebenszeit eines Robotobjektes. Wir hatten ja die Robot-Klasse aus FobBot nachimplementiert unter dem Namen MyRobot und da hatten wir diese Attribute, die World hatten wir ausgelassen, aber die anderen Attribute hatten wir dann einfach wirklich als Private-Attribute im Private-Bereich eben der Klasse realisiert. Das heißt also, die Implementationsinvariante könnte bei Klasse MyRobot sehr einfach sein. Bei anderen Klassen könnte die Realisierung der nach außen hin sichtbaren Merkmale auch sehr viel komplexer sein, als es nach außen hin eben ist. Da würde dann die Implementationsinvariante auch entsprechend komplexer sein müssen. Hier ein Beispiel, in dem wirklich alles komplexer ist. Sie kennen schon das Interface List aus der Java Standard-Bibliothek im Zusammenhang mit Collections. Das Interface List implementiert das Interface Collection und wir hatten auch eine Klasse selber geschrieben, MyLink List, die dieses Interface implementiert. Für ein Interface macht eine Darstellungsinvariante Sinn, ist ja alles Public in einem Interface, aber eine Implementationsinvariante macht natürlich nur Sinn für die implementierenden Klassen, denn nur die haben einen Private-Bereich. Die hier formulierte Darstellungsinvariante ist nicht offiziell, sondern von mir so überlegt, ist auch nicht vollständig. Ein paar Punkte sind ausgelassen, deshalb Punkt, Punkt, Punkt hier. Wieder die einleitende Formulierung, die ich empfehle, dass genau klargestellt ist, dass es um jedes Objekt und um jeden Zeitpunkt der Lebenszeit dieses Objekts geht. Zu Beginn wird erst einmal gesagt, worum es überhaupt geht, nämlich um geordnete Sequenzen eines Elementtyps, der zwar offen gehalten ist in der Definition des Interface List, aber bei der Einrichtung eines Objekts, einer implementierenden Klasse, dann natürlich festgelegt werden muss. Beim Matrix-Beispiel zu Beginn dieses Videos hatten wir eine ähnliche Problematik, nämlich dass wir bei Zeilenindizes und Spaltenindizes genau sagen sollten, ob die jetzt bei 0 beginnen oder bei 1 beginnen oder wie auch immer. Das ist natürlich hier auch wieder der Fall. Diesen letzten Punkt hatten wir nur ganz kurz betrachtet in der Diskussion von den beiden Interfaces Collection und List, nämlich dass es potenziell Implementationen dieser beiden Interfaces geben kann und tatsächlich auch gibt, in denen diese Zugriffsmethoden, Suchen, Einfügen, Entfernen von einzelnen Elementen einfach nicht wirklich in voller Allgemeinheit sinnvoll definierbar sind. Man hat sich aber dazu entschieden, diese Methoden, Sie wissen noch, Add, Contains und Remove, man hat sich dazu entschieden, doch diese Methoden in voller Allgemeinheit in die beiden Interfaces zu integrieren, Collection und List, weil eben die meisten Implementationen dieser beiden Interfaces damit überhaupt keine Probleme haben. und man hat unschön, fehleranfällig, aber pragmatisch sich dafür entschieden, zu sagen, okay, wenn jetzt eine Klasse eines dieser beiden Interfaces implementiert, die nicht in voller Allgemeinheit diese Methoden anbieten kann, dann soll sie trotzdem diese Methoden implementieren, muss sie ja, wenn sie das Interface implementiert, aber wenn eine Situation auftritt, bei der diese Methode nicht sinnvoll verwendbar ist, dann soll eine Exception geworfen werden. Zum Beispiel gibt es Implementationen von Collection, die keine Duplikate erlauben, die also mathematische Mengen im engeren Sinne ohne Duplikate realisieren. Und dann ist es so, wenn wir jetzt ein Duplikat einfügen wollen, also ein Element noch einmal ein zweites Mal einfügen wollen, dass dann eine entsprechende Exception geworfen wird. Das sind alles Runtime-Exceptions, das heißt, wir müssen hier nichts in den Try-Catch-Block tun. Wir wissen aber, Runtime-Exceptions sind bequem, aber gefährlich. Die Implementationsinvariante ist natürlich von Klasse zu Klasse verschieden. Hier ist nur kurz zeichnerisch angedeutet, zur Erinnerung, wie wir die Klasse MyLink List intern implementiert haben. Das heißt, die Implementationsinvariante für MyLink List würde dann so etwas beinhalten, dass ein Objekt der Klasse MyLink List ein Attribut Head hat und das Head zu jeder Zeit auf eine solche lineare verzeigerte Liste vom Typ List-Item, vom selben generischen Typ, zeigt. Wobei man dann noch dazu fügen sollte, vielleicht, dass diese Liste auch leer sein kann. Das heißt also, dass Head gleich 0 möglich ist. Zu Klassen und Interfaces gehören ja auch Methoden und für die Korrektheit einer Klasse oder eines Interfaces reicht nicht Korrektheit als Ganzes mit Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante, sondern auch jede einzelne Methode muss für sich korrekt sein. Das sehen Sie hier im Überblick, worauf man dabei alles zu achten hat bzw. was man auch alles zu dokumentieren hat. Sie sehen erst einmal Vorbedingungen und Nachbedingungen, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, nämlich Verträge in Racket. Das fällt genau darunter. Bei Verträgen in Racket, zur Erinnerung, haben wir als Vorbedingung, dass die Parameter von den richtigen Typen sein müssen und vielleicht noch weitere Bedingungen erfüllen müssen, zum Beispiel, dass ein ganzheitlicher Parameter größer 0 sein muss oder Ähnliches. Und dann sagt die Nachbedingung für den Wert, der von der Funktion zurückgeliefert wird, was der sein muss. Und wir haben auch gesagt, wenn die Vorbedingung nicht erfüllt ist, dann ist auch nicht garantiert, dass die Rückgabe wirklich die korrekte sein muss. Das ist der Vertrag zwischen demjenigen, der die Methode nutzt und daher die Vorbedingung erfüllen muss als seinen Teil der vertraglichen Verpflichtung und demjenigen, der die Methode implementiert hat oder die Funktion in Racket und dementsprechend unter der Voraussetzung, dass die Vorbedingungen erfüllt sind, dann die Nachbedingungen bei Racket dann eben den Rückgabewert dann korrekt garantieren muss. Bei Methoden in Java haben wir natürlich schon gesehen, dass der Punkt 3 und der Punkt 4 bei Vorbedingungen und Nachbedingungen eine Rolle spielt. Ja, also, dass wir beispielsweise auf Konstanten in anderen Klassen zugreifen, zum Beispiel Integer.maxValue oder Math.p und Ähnliches, das haben wir ja häufig so gemacht. Aber genauso gut können wir natürlich nicht auf Konstante, aber auf Variable in anderen Klassen zugreifen, wenn die Public sind und können da deren Werte ändern. Zum Beispiel System.out mit Methode Print ist nur ein einfaches Beispiel dafür, dass der Wert, oder der Zustand, sollte ich genau sagen, der Zustand der Klassenvariable System.out dann entsprechend verändert wird durch Methode Print. Es gibt natürlich auch noch andere Beispiele. Das muss natürlich auch alles dann in die Vorbedingungen und die Nachbedingungen hinein. Wenn die Methode erwartet, dass bestimmte Eigenschaften hier tatsächlich vorhanden sind, bei Variablen, Konstanten, auf die Lesen zugegriffen wird, beziehungsweise auf Daten, Dateien und Ähnliches auf die Lesen zugegriffen wird, dann muss das natürlich auch in den Vorbedingungen für diese Methode dokumentiert sein. Und entsprechend, wenn die Methode auf irgendwelche Variablen in anderen Klassen zugreift, Public Variable oder irgendwas in Dateien oder andere Datensenken hineinschreibt, dann muss natürlich auch dokumentiert sein, was das jetzt genau ist und so weiter. Also nehmen wir Datenquellen her und Daten senken. Wenn zum Beispiel tabellarische Daten eingelesen werden sollen, ja, denken Sie an eine Tuka-Notentabelle mit Matrikelnummer, Vorname, Nachname, pro Zeile, pro Person, dann muss als Vorbedingung tatsächlich garantiert sein, das gehört in die zu dokumentierenden Vorbedingungen hinein, dass die Datenquelle, die da eingelesen wird, tatsächlich hundertprozentig diese Formatierung hat. Und umgekehrt, wenn ich jetzt eine Datei herausschreibe, in der tabellarisch zusätzlich noch Nebenmatrikelnummer, Vorname, Nachname, die Note dann als weitere Spalte hineinkommt, dann muss ich auch garantieren und das auch in die Nachbedingungen korrekt, wirklich penibel, genau ins Detail hineinschreiben, wie ich das rausschreibe, also zum Beispiel auch, wie die einzelnen Spalten in einer Zeile separiert sind. Vielleicht durch ein Komma, vielleicht durch ein Semikolon, vielleicht durch ein Whitespace, wie auch immer. Objektmethoden müssen ja mit einem Objekt aufgerufen werden, können nicht wie Klassenmethoden einfach mit dem Namen der Klasse aufgerufen werden, dürfen dafür aber auch auf alle Attribute des Objektes, mit dem sie aufgerufen wurden, dann zugreifen, auch wenn diese private sind. Hier kommt jetzt die Implementationsinvariante ins Spiel. Die Methode muss voraussetzen können, dass unmittelbar vor Aufruf der Methode das Objekt, mit dem sie aufgerufen würde, diese Implementationsinvariante tatsächlich einhält. Denken Sie an das Beispiel mit der Listenklasse MyLinkList. Jede Methode von MyLinkList, sei es zum Einfügen, zum Suchen, zum Entfernen, was auch immer, muss voraussetzen können, dass tatsächlich da eine korrekt gebildete lineare Liste mit dem Attribut Head beginnt und muss aber auch ihrerseits wieder, also das ist vor allem natürlich wichtig beim Einfügen und Entfernen, also bei der Veränderung der Liste, muss ihrerseits auch wieder garantieren, dass hinterher diese Implementationsinvariante erfüllt ist, dass also wieder eine korrekte lineare Liste hinterher vorhanden ist, eben mit dem einen zusätzlichen Element beim Einfügen, beziehungsweise mit dem einen Element weniger, falls ein Element entfernt wurde. Auf der Basis können wir jetzt die Idee von Verträgen nochmal sehr komprimiert zusammenfassen, was sind Verträge und was gehört da alles rein. Zunächst einmal hier eine Unterscheidung zwischen Sprachen wie Racket, in denen man bei einer Funktion bei Parametern etwa nicht den Typ angeben muss. Unterscheidung zu Sprachen wie Java, wo man den Typ für jeden Parameter und eigentlich für alles, was man so einführt, angeben muss. Da, wo der Typ sowieso angegeben werden muss, weil die Sprache das verlangt, da gehört natürlich die Typangaben nicht in den Vertrag hinein. Das wäre redundante Information, völlig unnötig. Aber bei einer Sprache wie Racket, wo man die Typen nicht angeben muss, da gehört das natürlich in den Vertrag hinein. Precondition, Postcondition ist im Prinzip das, was wir eben als Vorbedingungen und Nachbedingungen auf der letzten Folie gesehen haben. Typischerweise unterscheidet man aber zwischen Postcondition und Returns, also man nimmt den Rückgabewert, die Beschreibung des Rückgabewerts bei gegebener Einhaltung der Vorbedingungen aus als eine eigene Klausel neben den sonstigen Nachbedingungen. In Racket, so weit wir Racket gesehen haben, geht es immer nur um Returns. In Java, soweit wir Java gesehen haben, geht es aber auch um weitere Nachbedingungen. Bei referenzieller Transparenz hatten wir kurz im Zusammenhang mit Racket erwähnt. Egal ob jetzt Java oder Racket, letztendlich läuft referenzielle Transparenz darauf hinaus, dass es neben dem Returns keine weiteren Effekte gibt, dass die Subroutine keine Seiteneffekte hat und wenn sie keine Seiteneffekte hat, also keine Effekte außer der Rückgabe, dann hat sie natürlich auch eine leere Postcondition, wenn das Returns aus der Postcondition hier herausgenommen ist. Bei der Ableitung von Klassen beziehungsweise bei der Implementation von Interfaces haben wir wieder das Problem, dass wir die Situation haben können, sogar sehr häufig haben, dass der statische Typ und der dynamische Typ einer Referenz unterschiedlich sind. Das heißt also, dass das Objekt von einem Subtyp von dem Typ der Referenz ist und wir müssen uns hier kurz überlegen, was das eigentlich konkret für Vorbedingungen und Nachbedingungen von Methoden bedeutet. Also wenn wir eine Methode in einer Basisklasse haben und diese dann überschreiben in einer abgeleiteten Klasse oder eine Methode aus einem Interface dann implementieren in einer implementierenden Klasse, was bedeutet das für das Verhältnis von Vorbedingungen und Nachbedingungen in Basistyp und Subtyp. Können wir das beliebig irgendwie kombinieren oder müssen wir exakt alles gleich einhalten oder gibt es da irgendwo einen Zwischenweg? Wir stellen uns also die Situation vor, wir haben eine Referenz von einer Klasse oder einem Interface und dahinter steckt ein Objekt von einem Subtyp, also im ersten Fall von einer abgeleiteten Klasse, im zweiten Fall von einer implementierenden Klasse. Und wir rufen eine Methode auf, die in diesem Subtyp überschrieben ist. Das heißt also, es wird die Implementation dieses Subtyps hier jetzt tatsächlich aufgerufen. Wie müssen also Vorbedingungen und Nachbedingungen bei dieser Methode jetzt einerseits im Basistyp, andererseits im Subtyp im Verhältnis zueinander stehen, damit es da keine unliebsamen Überraschungen in dieser Situation gibt? Wir können auch andersrum fragen, was sind denn Situationen, in denen es solche unliebsamen Überraschungen geben könnte? Zuerst zur Vorbedingung. Nehmen wir zur Illustration an, die Methode, die wir hier aufrufen, hat einen Parameter vom Typ int und im Basistyp ist die Vorbedingung, dass der Wert dieses Parameters größer 0 sein muss. Und nehmen wir weiter an, dass es da eine Verschärfung im Subtyp gibt, dass dieser Parameterwert tatsächlich nicht nur größer 0, sondern auch größer 1 sein muss. Das ist natürlich eine Situation, die für unliebsame Überraschungen sorgen kann, denn man sieht ja nur den statischen Typ, also den Basistyp von dieser Referenz. Man weiß ja gar nicht, von welchem dynamischen Typ das überhaupt ist, ob da noch irgendwelche anderen Vorbedingungen hinzukommen oder nicht. Das heißt also, man kann guten Gewissens hier diese Methode aufrufen, aufgrund der Vorbedingung für den Basistyp aufrufen mit dem int-Wert 1. Das ist nach Vorbedingung für den Typ, mit dem wir die Methode aufrufen, mit dem statischen Typ absolut akzeptabel. Aber wenn wir erlauben würden, dass diese Vorbedingung im Subtyp verschärft wird, nämlich dahingehend, wie wir es jetzt in dem illustrativen Beispiel haben, dass der Wert nicht nur größer 0, sondern größer 1 sein muss, dann ist die Vorbedingung für die Methode, für die Implementation der Methode, die tatsächlich aufgerufen wird, nicht mehr erfüllt. Das heißt, dieser Punkt, den wir hier oben sehen, der hat schon seine Wichtigkeit. Wir können beliebig entweder die Vorbedingung so übernehmen, wie sie im Basistyp ist für den Subtyp, oder wir dürfen sie abschwächen. Da gibt es keine unliebsame Überraschung, aber bei Verschärfung, da gibt es schon welche. Bei der Nachbedingung ist es entsprechend andersherum. Stellen Sie sich mal vor, die Methode liefert eine Referenz zurück und im Basistyp soll eine Referenz zurückgeliefert werden von zum Beispiel List aus der Java Standard Bibliothek, was wir eben im Beispiel hatten. Jetzt kann natürlich in der überschreibenden Methode problemlos festgelegt werden als Nachbedingung, dass nicht irgendein beliebige Klasse, ein Objekt von irgendeiner beliebigen Klasse, die Interface List implementiert, zurückgeliefert wird, sondern dass ganz spezifisch ein Objekt von MyLink List zurückgeliefert wird. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Das passt alles zusammen mit dem Wechselspiel von statischem und dynamischem Typ. Hier ein ganz einfaches Beispiel, zwar hier in Java realisiert, aber hätte auch Racket sein können. Java bietet sich hier an, weil da die Vorbedingung interessanter ist. Wir haben ja Datentypen für ganzzahlige Typen, die begrenzt sind, die dementsprechend auch nur einen begrenzten Bereich von Zahlen darstellen können. Und bei Fibonacci-Zahlen ist diese Grenze schon ziemlich schnell erreicht. Sie können irgendwo Tabellen oder Rechner für Fibonacci-Zahlen im Internet finden. Sie können die Ergebnisse vergleichen mit dem, was in den Datentyp Long hineinpasst. Ich habe hier schon Datentyp Long genommen, um überhaupt ein Stück vorwärts zu kommen. Und dann stellen Sie fest, bis zur Fibonacci-Zahl von 92 passt es noch in den Datentyp Long hinein. Fibonacci von 93 passt nicht mehr hinein. Das heißt also, wir müssen hier nicht nur angeben, dass der Parameter nicht negativ ist, weil eben nur für nicht negative Zahlen die Fibonacci-Zahl überhaupt definiert ist, sondern wir müssen hier auch noch angeben, bis wie weit wir tatsächlich Ergebnisse berechnen können. Und nur wenn das erfüllt ist, können wir die Nachbedingung erfüllen, dass tatsächlich der Fibonacci-Wert berechnet und zurückgeliefert wird. Nächstes Beispiel, etwas komplizierter. Das haben wir schon gesehen bei Collections, nämlich erstmal, dass es eine Klasse Collections mit S gibt, mit einer Methode Sort, bekommt diese zu sortierende Liste und ein Comparator sagt, nach welcher Logik diese Liste zu sortieren ist. Das Interface List hat Vorbedingungen, die von allen Klassen, die das Interface implementieren, einzuhalten sind. Hier, die Methode Sort braucht keine darüber hinausgehenden Vorbedingungen. Das heißt also, für Methode Sort, für den ersten Parameter, gibt es hier keine Vorbedingungen. Von Comparator wird die Methode Compare verwendet. Das Interface Comparator hat für diese Methode Compare schon Vorbedingungen definiert, nämlich, dass die Ausgaben für verschiedene Fälle Konsistenz sein müssen. Beispielsweise, wenn ich die beiden Parameter vertausche und vorher war der Ausgabewert positiv, dass er dann hinterher negativ ist und so weiter und so fort. Diese verschiedenen Vorbedingungen, die bilden zusammen die Forderung, mathematisch gesprochen, dass es sich um eine strenge, schwache Ordnung halten muss, was durch Methode Comparator realisiert ist. Das heißt tatsächlich so in der Mathematik strenge, schwache Ordnung. Wenn Sie in die Dokumentation von Methode Compare von Interface Comparator schauen, dann werden Sie feststellen, diese Methode kann zwei verschiedene Typen von Exceptions werfen, nämlich entweder Null-Pointer-Exception, wenn einer der beiden Parameter von Compare eben Null ist, oder Class-Cast-Exception, wenn einer der beiden Parameter von einem Typ ist, mit dem diese Implementation der Methode Compare nichts anfangen kann. Methode Sort von Classical Collections erlaubt immer noch, dass eine Null-Pointer-Exception geworfen wird, eben wenn einer der beiden Parameter Null ist, verbietet aber, dass eine Class-Cast-Exception geworfen wird. Das heißt also, entweder schreiben Sie Ihre Comparator-Klasse, die Sie da hineinbringen, so, dass garantiert keine Class-Cast-Exception geworfen wird, oder Sie schreiben es nicht so und müssen dann akzeptieren, wenn doch eine Class-Cast-Exception geworfen wird, dass Methode Sort dann nicht das tut, was es soll, sondern irgendwas anderes passiert. Die Nachbedingung drückt nun aus, dass Sort das tut, was der Name sagt, nämlich diese Liste zu sortieren. Das bedeutet zunächst einmal, das wird häufig übersehen, dass hinterher in der Liste dieselben Elemente drin sind, wie vorher, nur in einer anderen Reihenfolge, nämlich in aufsteigender Reihenfolge gemäß diesem Comparator. Hier noch zusätzlich eine manchmal ganz nützliche Nachbedingung, dass der Sortieralgorithmus stabil ist. Es gibt stabile Sortieralgorithmen und instabile Sortieralgorithmen, beziehungsweise von Sortieralgorithmen gibt es stabile und instabile Variationen. Was heißt das jetzt? Ein Sortieralgorithmus heißt stabil, wenn die Elemente, die nach der Logik des Comparators nicht unterschieden werden können, wenn die beiden in der Ausgabe in derselben Reihenfolge sind wie der Eingabe. Also einfaches Beispiel, wir sortieren wieder Studierende nach Nachname, Vorname, wie wir das ja schon gesehen haben im Video zu Collections. Und wenn jetzt zwei Studierende denselben Nachnamen, denselben Vornamen haben, dann bedeutet stabil, in der Reihenfolge, in der sie in der Liste vorher drin waren, sind die beiden auch in der Liste wieder hinterher, nach der Sortierung drin. Hier noch einmal analog dasselbe in Racket. Das heißt, hier unten definieren wir eine Funktion Sort mit zwei Parametern, List, die zu sortierende Funktion und CMP, die Vergleichsfunktion, analog zum Comparator in Java. Das heißt also, die Liste ist von einem beliebigen, aber festen Typ Groß X und diese Vergleichsfunktion bekommt zwei Parameter von diesem Typ X und ganz analog zu Comparator in Java soll auch hier wieder eine ganze Zahl zurückgeliefert werden. In Racket ist es im Gegensatz zu Java natürlich nicht so, dass wir die Liste einfach umsortieren können, die wir reinbekommen haben, sondern eine Eingabeliste und eine Ausgabeliste, die zumindest von der Logik her zwei völlig separate Listen sind, nur dass sie exakt dieselben Elemente aber in anderer Reihenfolge haben. Hier sehen Sie dann bei der Vorbedingung, dass wir die Konventionen einhalten wollen wie bei Comparator, also wann ein Wert kleiner 0, wann ein Wert größer 0 zurückgeliefert wird und hier sehen Sie auch das, was wir eben nur gesagt haben, nämlich, dass es sich um eine strenge, schwache Ordnung handeln muss, was durch diese Funktion realisiert ist. Nochmal zur Erinnerung, bei Java mit Interface Comparator war das so, dass die Vorbedingungen schon für im Interface Comparator diese strenge, schwache Ordnung gefordert haben. Hier haben wir kein Interface, sondern wir schreiben ja einfach nur den Typ der Funktion hier rein und müssen das dementsprechend im Vertrag in den Vorbedingungen hier nochmal explizit aufhören. Die Returns-Klausel sagt dann wieder, dass das, was herauskommen soll, eine Liste ist, die dieselben Elemente enthält in Sortierreihenfolge und auch wieder, dass der Sortieralgorithmus stabil sein soll. Hier nochmal ein Beispiel, was wir hier nicht noch einmal durchgehen wollen, sondern nur noch einmal kurz daran erinnern, das sind wir ganz intensiv und im Detail durchgegangen in den beiden Videos zur allgemeinen Vorgehensweise zum Übungsblatt 1. Vorbedingend ist natürlich erst einmal, dass die Wände tatsächlich so etwas wie ein geschlossenes Zimmer bilden, sonst würde wahrscheinlich so ziemlich jeder Algorithmus in Probleme kommen, wenn das nicht gewährleistet wäre. Aber wir haben hier nur einen sehr einfachen Algorithmus, sie henten sich an diese Spiralform und hatten gesagt, damit dieser Algorithmus funktioniert, muss noch die Vorbedingungen verschärft werden, nämlich dahingehend, dass nur bestimmte Formen von Zimmern erlaubt sind, die hier angedeutet sind durch diese blauen Linien, nämlich, dass sie solche blauen Linien wie hier gezeichnet, dann tatsächlich in dem Zimmer, in dem der Algorithmus laufen soll, zeichnen können. Alle weiteren Details, da verweise ich dann auch nochmal auf das Video zur allgemeinen Vorgehensweise 1 und 2. Zum Abschluss des Themas Korrektheit von Subroutinen noch die Korrektheit von sehr speziellen Subroutinen, nämlich rekursiven Subroutinen. Hier unten noch zwei Beispiele, die Sie schon bei Racket gesehen haben. Generell gehört zur Korrektheit von rekursiven Subroutinen Korrektheit des Rekursionsabbruchs und Korrektheit des Rekursionsschritts. Also Rekursionsabbruch haben wir hier im Fall n gleich 0 beziehungsweise hier im Fall, dass die Liste leer ist. Rekursionsschritt ist dann im anderen Fall, wenn die Funktion, die Subroutine, rekursiv sich selbst aufruft. Die beiden Beispiele von der letzten Folie waren so einfach strukturiert, dass man da nicht groß über Korrektheit nachdenken muss. Da muss man einfach nur scharf hinschauen. Hier ein etwas komplizierterer Fall, den wir auch schon im selben Kontext gesehen haben, nämlich wir wollen eine Nullstelle finden in einer Funktion f und zwar in einem Intervall von a bis b und als Voraussetzung, als Precondition haben wir, dass nicht nur das ein echtes Intervall ist, sondern dass f in diesem Intervall eine stetige Funktion ist und dass es einen Vorzeichenwechsel in diesem Intervall gibt. Aus der Mathematik wissen wir, dass unter diesen Voraussetzungen die Funktion f in diesem Intervall a, b mindestens eine Nullstelle hat und eine Nullstelle von f in a, b soll zurückgeliefert werden. Diese mögliche Implementation der Funktion find zero haben wir auch schon im selben Kontext gesehen. Das ist einfach der Algorithmus Intervallhalberung. Das heißt also, in jedem rekursiven Schritt wird das Intervall um die Hälfte verringert, dadurch, dass entweder die linke Grenze auf die Mitte des Intervalls gesetzt wird oder die rechte Grenze auf die Mitte des Intervalls gesetzt wird und zwar abhängig davon, ob in der linken Hälfte des Intervalls immer noch ein Vorzeichenwechsel stattfindet oder in der rechten Seite des Intervalls, also mindestens in einem der beiden Fälle und wenn das der Fall ist, dann wissen wir dort in dem halben Teilintervall, in dem immer noch Vorzeichenwechsel stattfindet. Auf das können wir uns beschränken. Wir wissen nach derselben Logik wie beim Ursprungsintervall, da muss noch eine Nullstelle sein. Wir hatten schon allgemein geklärt, was ist Korrektheit eines Programms. Die Logik lässt sich natürlich 1 zu 1 übertragen auf die Korrektheit einer Funktion in Racket oder einer sonstigen Subroutine, nämlich es gibt keinen Programmabbruch, alle Schritte, die gemacht werden, sind wohl definiert. Es gibt keine Endlosschleife, in Racket sowieso nicht, aber in Racket könnte es im Prinzip eine Endlossrekursion geben. Soll auch nicht der Fall sein. Das ist natürlich dann auch nicht korrekt, wenn FindZero eine Endlossrekursion hat, also wenn niemals der Rekursionsabbruch erreicht wird und natürlich dann das, was zurückgeliefert wird, soll korrekt sein. Und der Dreh- und Angelpunkt der Korrektheit bei der Funktion FindZero ist der Rekursionsabbruch. So, wenn tatsächlich diese Vorbedingung erreicht ist, dass die Intervalllänge nur noch das vorgegebene Epsilon groß ist oder kleiner, echt kleiner, dann heißt es, da wir ja in diesem Intervall immer eine Nullstelle haben, dann heißt es, dass der Mittelpunkt des Intervalls tatsächlich um maximal ein Epsilon oder eigentlich sogar Epsilon halbe nur entfernt sein kann von mindestens einer Nullstelle. Da das die einzige Stelle ist, wo die Rekursion terminiert, heißt es, das Ergebnis bei Termination ist auf jeden Fall korrekt, denn wir haben ja schon gesagt, aufgrund von numerischen Ungenauigkeiten können wir ja niemals eine Nullstelle beispielsweise ganz genau bestimmen. Das kann ja eine irrationale Zahl sein, spätestens da geht das prinzipiell nicht mehr, sondern der Behelf ist, wir geben durch ein Epsilon vor, wie weit das Ergebnis, was zurückgeliefert wird, weg sein darf von dieser Nullstelle. Dass die Rekursion nur endlich viele Schritte macht, ist einfach dadurch gewährleistet, dass in jedem Rekursionsschritt immer das betrachtete Intervall von A nach B in seiner Länge halbiert wird und natürlich ist es so, dass die Länge des Intervalls, wenn sie in jedem Schritt halbiert wird, nach endlich vielen Schritten kleiner wird als jedes beliebige vorgegebene Epsilon größer Null. Dass es keinen Programmabbruch gibt, dass sämtliche Schritte des Programms, der Funktion, wohl definiert sind, das ist in vielen Fällen sehr, sehr schwierig herauszufinden. Hier ist es aber ganz einfach, wenn Sie nochmal in den Code hineinschauen, in die Implementation der Funktion FindZero, dann werden Sie, wenn Sie alle Stellen, alle Operationen sich betrachten, zum Beispiel arithmetische Operationen, Vergleichsoperationen und so weiter, dann werden Sie feststellen, sehr leicht feststellen, sofern alle Vorbedingungen durch die Eingabe erfüllt sind, ist es eigentlich unmöglich, dass da eine nicht wohl definierte Operation durchgeführt wird.